moin leute und herzlich willkommen zurück zu let's play risen für den pc im letzten part haben wir hier die ruine abgeschlossen ich glaube ich habe auch mit allen gequatscht ja habe ich okay ich muss diese folge jetzt hier noch mal neu aufnehmen weil ich blöd war und die mikrospur nicht gespeichert hatte ja quatsch da will ich nicht hin ich wollte hier hin und zwar einmal zum baddinenlager bitte so dann sind wir jetzt hier und da ist der weg raus den suche ich jedes mal aufs neue naja egal so wir haben aktuell 20 lernpunkte die wollen wir auch ein bisschen verbrauchen und ich habe auch schon eine idee wie der ost tempel ist erschlossen sehr gut und weiter wie ist die ausbeute er mag ich denke dass ihr mehr erwartet habt ich habe es geahnt gut dann werden wir weitersuchen müssen was ist mit meinen männern wo ist danilo für die männer war es kein großes vergnügen sie hatten mit einigen problemen zu kämpfen danilo hat es nicht geschafft er wurde im ost tempel getötet verdammt er war ein guter mann na gut trotzdem danke für diese nachricht kannst du mich im kampf unterrichten so und zwar lernen wir hier erst mal schwert kampf 4 unterrichte ich im schwert kampf wie du die angriffe deines gegners unterbrechen kannst weißt du ja schon aber ich verrate dir mal einen trick wenn du sehr nah an deinem gegner bist kannst du ihm meistens noch einen mitgeben vor allem lohnt es sich diese schläge in deinen kombinationen einzusetzen so schwert kampf 5 klingt zwar auch interessant aber da können wir erstmal sinnvolleres machen sage ich mal und zwar komme ich eigentlich zum don aktuell ne nicht wirklich okay der don hat sich gerade in seine privat privat gemälde verzogen na gut wir wollen was herstellt dafür haben wir zu wenig zeug das lohnt sich nicht aber wir wollen hier mal ein bisschen aufräumen sage ich mal so und so sehr schön dann trinken wir mal den hier okay dann schaue ich mal kurz nach lehrer im banditenlager muss schießen das ist schon merkwürdig dass ich hier keinerlei lehrer habe für taschendiebstahl zum beispiel na gut dann wollen wir dann wollen wir einmal in die vulkan festung dann wollen wir einmal in die vulkan festung so okay hallo und hier in der vulkan oder in der vulkan festung selber wird wirklich nichts wir wollen von dort aus dann uns aber ein stück nach süden begeben beziehungsweise wenn ich jetzt sowieso schon hier bin können wir auch gleich mal mit den namenlosen gräbern beginnen weil eins davon ist nämlich hier direkt in der nähe da wollen wir doch einmal direkt hin werden wir hier schon mal hier oben sind dann machen wir es auch direkt so na denn jungs und mädels lasst mich mal hier durch das ist jetzt hier schon dass ich darüber komme oder ist das ein stück weiter unten das ist ein stück weiter unten aber das ist nicht allzu hoch hier verliert zwar ein bisschen leben aber das ist verkraft so echsenmenschen zumindest einer naja der zweite wird wahrscheinlich auch in der nähe sein weil sie sind ja immer zu zweit unterwegs ich habe zumindest noch nie gesehen dass hier irgendwo nur einer war okay hier ist schon mal nur einer irgendwann zum als erstes mal so 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 teleport stein nice sehr gut okay nehm ich gerne jetzt habe ich einen teleport stellen auch für diese ruine hier sehr nice da komme ich leider nicht an nichts dran schade naja so so wo genau sollen das sein irgendwo hier ja das ist da unten ich glaube das wird da unten sein oder ist eine heldenkrone da ist eine heldenkrone da will ich ran ich habe nur die vermutung wenn ich darunter springe sterbe ich und ich glaube die vermutung ist gar nicht mal so schlecht deswegen speichern wir einmal kurz so mal schauen ne und vielleicht moment natürlich natürlich gibt es eine methode um darunter zu kommen und zwar eine sehr gute nennt sich die levitation so komme ich darunter ohne zu sterben hier ist auch das namenlose grab na bitte wunderbar so danke für die heldenkrone hier ist was vergraben so dann schauen wir hier doch mal was haben wir denn hier jetzt zurück hoch damit sehr schön so 250 Gold, ein Hinweis, also ein Brief, aber dieser Brief ist ein Hinweis. Wunderbar. So. Oi. Was haben wir denn hier? Ach so. Kristallkugel der Levitation, wahrscheinlich um wieder nach oben zu kommen. Beziehungsweise hier runter. Ist das der Hof von Siverin? Ne, das ist der andere, ne? Hmm. Ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wo ich hin will. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde mich da mal nach unten levitieren. So. Ja, das ist der von Dingenskirchen, wie auch immer er heißt. Da drüben ist der von Siverin. Okay. Aber da sind wir ja auch gleich. Und durch die Levitation kommen wir hier jetzt ziemlich schnell voran, weil wir den direkten Weg nehmen können. Und das ist sehr gut. Na, Mensch. Das läuft doch. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, hier lang zu schweben, aber das ist mir auch egal. Das nehme ich. So. Na, den. Komme ich da hoch? Müsste ich eigentlich, oder? Ne, so viel Magie habe ich nicht. Na gut. So viel war von dem Zauber nicht mehr über. Egal. So, jetzt sind wir hier oben. Okay. So, gehen wir noch mal bei Siverin kurz vorbei. Ups. Ups. Ja, komm. Hoch da. Hoch da, habe ich gesagt. Da kommt es natürlich nicht hoch. Natürlich nicht. Aber dafür haben wir hier noch eine Heilwurzel. Die wir auch gerne mitnehmen. Gut, das Krott ist mir jetzt egal. Scheiß drauf. So. Hier wollen wir nämlich noch eine Quest abgeben. Ei. Rudolf geht's gut. Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ah, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier. Nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Dankeschön. So. Dann wollen wir mal hier so ein bisschen schräg durch den Wald durch. So, die Richtung hier müsste in etwa stimmen. An dem Kristall vorbei. So. Hier hat man runterfallen lassen. Kein Problem. Oh, eine Ugarwurzel. Schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Wir wollen nämlich hier einmal zu Marvin. Denn wir haben ja den... Den Untoten, der ihn da verfolgt hat. Ne, den Burgherrn Patroskon. Haben wir ja erledigt. Der untote Burgherr Patroskon ist erledigt. Du hast ihn zerstört? Dem Himmel sei Dank. Dann müsste der Fluch ja gebrochen sein. Aber... Aber irgendwas stimmt nicht. Ich spüre immer noch die Präsenz dieser Unholde. in meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Werden wir? Werden wir? Aber erstmal... Gehen wir hier kurz rein an die Truhe und pennen. So, bis zum nächsten Morgen. So, dann haben wir hier... noch ein weiteres namenloses Grab. Ähm, Moment, da hinten. Wenn wir uns hier runterfallen lassen. Da ist es auch schon. Hier ist was vergraben. Hier ist was vergraben. Hier ist was vergraben. da haben wir sogar was sehr schönes drin wie ihr vielleicht gerade gesehen habt einen geschicklichkeitstrank was ich sehr sehr gut finde ich meine ich braucht zwar aktuell nicht mehr wirklich was an geschicklichkeit aber kann nicht schaden das zu haben so hier haben wir ein paar wölfe die uns nicht so ganz nett finden warum auch immer wir sind ganz liebe leute das bisschen schaden können wir wegstecken das ist kein problem so gut dann hier noch ein bisschen das ganze kräuter gedöns einsammeln so hier den stürz dürften auch ganz gut aushalten ja haben zwar ein bisschen schaden genommen aber das ist jetzt so nicht weiter wild aber aber genommen ja so ok und ich will hier noch ein bisschen tränke saufen einmal kurz hochhalten so ok wie noch zwei leichen schade dass sie erwischt hat die beiden kerle aber naja kann man jetzt nichts mehr machen außer ihnen ihr zeug abnehmen weil die brauchen sie nicht mehr so was haben wir hier schön ein kleiner bernstein nicht nehmen wir mit so und ich habe doch hier noch irgendwo genommen gehört da ist er hat ihn sogar so du fliegst gut und ein werkzeugbeutel nice so wir könnten jetzt natürlich einmal mit der levitation darüber schweben zu sehen was da ist oder wir gehen hier den weg direkt lang was wir auch machen werden wir gehen hier ein bisschen lang denn man kann sich ja jetzt mal hier um die namenlosen gräber kümmern die idee finde ich eigentlich ganz cool und dafür müssen wir halt hier lang so einfach ist das hallo wölfis na hungriger normaler ach so du rutschst hier nur weg ok warum nicht so haben wir hier noch ein normaler wolf ok so noch mal trank wow der ghoul war ein bisschen weiter vorne als ich ihn erwartet hatte ouch das ist nicht so schön gerade wow 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 der hat mich fast erwischt also fast gekillt meine ich damit alter vater ich hasse ghouls so ok ich hasse die viecher wie gesagt und vor allem wenn sie mich überraschen und ich hatte am anfang der folge gesagt ich habe die folge hier schon mal aufgenommen schön der weg den ich jetzt gegangen bin ist ein bisschen andere aber hier war ich auch drin und da war der ghoul ein bisschen weiter hinten deswegen der war dann nicht hier quasi da wo jetzt dieser zweite steht da waren dann beide auf einmal und dadurch hatte ich natürlich nicht mit dem ghoul gerechnet gerade eben weil ich dachte der steht wieder weiter hin komm schon ne 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 du bringst mich nicht um du bist du bist die sehr schön mann so dann wollen wir hier noch mal durch denn hier findet sich noch ein bisschen was mehr oder minder interessantes sage ich mal aber wir wollen natürlich alles haben was wir kriegen können ganz klar so dann speichern wir hier aber einmal denn ja wie kriegen wir es jetzt mit ein paar gegnern zu tun so da kommen okay und naja das hat jetzt ein anderes skelett getroffen egal solange ich den irgendwie ein bisschen schaden mache ist das in ordnung so noch mal so hinstellen dass ich auch den hier erwischen kann weil ich habe jetzt kein bock dass der mir im rücken schlägt das schöne an den seitlichen schlägen man kann mit oder man trifft häufig mehr als einen gegner wenn sie da beieinander stehen und das ist schon ziemlich nice aber jetzt dich noch hätte ich sehr gut sehr gut das lief doch wunderbar so dann hier noch mal alles looten alle waffen mitnehmen so auch hier den stabilen ast okay hier sind sogar noch zwei skelette die gerade nicht mitgekommen sind da kommt schon so okay erstes weg zweites weg wunderbar man 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 dafür habe ich jetzt keine normalen heiltränke mehr aber egal so hier haben wir eine spruchrolle witz erzählen die ist jetzt nicht ganz so interessant muss ich sagen hier haben wir einen kleinen bernstein der ist schon ein bisschen was interessanter so die heilpflanze nehme ich auch sehr gerne mit und hier haben wir eine rezeptur für einen sehr interessanten trank nämlich für einen trank der unser mana permanent erhöht ich meine schön für unser aktuelles build mit ähm mit bogen und schwert ist das nicht ganz so interessant aber wenn man tatsächlich magier wird ist das mit der wichtigste trank weil man wird so viel mana brauchen die zauber sind so teuer an mana und man möchte ja auch nicht alle drei schritte in den mana trank saufen das wäre ein bisschen banane dann würde ich sagen schauen wir uns hier nochmal kurz um moment was habe ich in der um gerade noch gesehen war ich da schon mal ich weiß es gerade nicht auf jeden fall ist da oben irgendwas ok hier war ich noch nicht na bitte ja ich meine wie gesagt witz erzählen ist jetzt nicht unbedingt der wichtigste zauber aber immer gut zu haben so da haben wir ein paar keiler die will ich nach möglichkeit auf distanz erledigen ja gut dann nicht dann kommt der rest jetzt eben auf die altbekannte methode ok ja keiler können halt ziemlich gut zuhauen deswegen möchte ich da so viel wie möglich schaden auf die distanz machen so dann wollen wir doch noch mal hier runter gehen die minze nehmen wir auch noch mit und was eriksen hier macht das erfahren wir in der nächsten folge ich danke euch fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020